So, das kommt davon, wenn man nie was in den sozialen Medien macht. 20 Jahre ist es her, Nick Politere Akademie, und über die sozialen Medien findet man alte Freunde. Stefan, wie war das jetzt für dich mit mir spielen? War das mühsam? Nein, eigentlich nicht. Ich war überrascht. Du hast gesagt, du hast seit 10 Jahren nicht gespielt, aber dafür hast du ein paar super Umschläge. Kondition kann man noch ein bisschen üben. Also da geht die Luft weg, aber bei mir genauso. Deswegen hören wir jetzt auf, springen in den Teich, gehen duschen und was essen. Okay, Mahlzeit. Liebe Grüße.